Herzlich Willkommen bei einem neuen Video. Ich bin heute in München, im wundervollen München und ich bin nicht alleine. Ich habe nämlich Daniel Schlauch, Stimme von Ruffy in One Piece. Wir sind in München, weil hier das Synchronstudio Rescue Film ist, seit 20 Jahren für die Synchron von One Piece verantwortlich. Und wir nehmen euch heute ein bisschen mit. Wir zeigen euch, wie es abgeht im Studio. Du verlierst! Ich habe irgendwie das Gefühl, Julian Brandt ist hinter mir her. Was? Er hat das alles verdaut? Alter, wir haben das gerade hier, Alter. Ich habe meine Jugend damit verbracht, seine Stimme zu hören. Und jetzt bin ich 26 und jetzt sitzen wir gemeinsam ins Studio. Es ist krass. Ich habe gehört, Julian Brandt spielt in meinem Team. Kannst du vergessen, du spielst in Gelsenkirchen. Hallo Katakuri! Misch dich gefälligst nicht ein. Das ist ein Kampf zwischen Männern! Halt dich da rein! 2000 fange ich gar nicht an. Hey, du meinst wohl eher 2000. Du bist ja schon von Pokémon. Und singst du den auch immer selber, dann sing ich ihn selber. Und wir sind nicht alleine, wir haben nämlich... Julian Brandt vom BVB. Genau, und Julian Brandt ist großer One Piece Fan. Und was wir mit Julian vorhaben, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Bäm! Alright, also wir sind hier im Regieraum. Hier ist das Regiepult. Hier ist Lorenz, der fährt den Ton, also unser Tonmeister. Das ist natürlich die Marie, die macht Regie jetzt in dem Fall. Normalerweise haben wir auch einen Cutter, der sitzt oder sie sitzt hier. In der Regel sitzt sie aber auch mit uns in der Kabine in anderen Studios selber und sagt uns, ob wir zu breit sind, zu kurz sind. Ja, dass irgendwas ein bisschen länger ist oder eine Pause ist. Ton fährt den Ton. Lorenz sagt uns, wenn wir zu leise sind, zu laut sind oder der Ton irgendwo nicht stimmt, dann passt er das an. Das ist ein bisschen lang, pegelmäßig. Sucht uns die Takes raus. Drinnen ist Uwe Thomsen, unser Zorro. Er macht sich schon bereit. Und die Regie ist natürlich für den ganzen künstlerischen Aspekt zuständig und guckt, dass das Ganze dann auch zusammen funktioniert. Uwe Thomsen, nicht nur Stimme von Zorro in One Piece, sondern auch die Stimme von Jotaro, Joe Star in Joe des Wieser Adventure. Also mein Nemesis auf jeden Fall in Jojo. Also ihr seht hier, dass der Text quasi bei Marie in der Regie hier direkt auf ihrem Laptop ist. Drinnen hat ihn Uwe auf einem iPad. Früher vor Corona hatten wir die Bücher ausgedruckt, quasi als Dialogbuch. Jetzt sind sie natürlich alles irgendwie digitalisiert. Unter 2000 fange ich gar nicht an. Sehr geil. Ein kleines bisschen breiter, wenn es geht. Genau. Und der Grobschnitt muss irgendwie sitzen, das Timing. Feinschlüssel wird aber nochmal im Editing quasi nochmal nach fein poliert. Unter 2000 fange ich gar nicht an. Geil, Mann. Super. Sehr geil. Und wir gehen jetzt nochmal rüber in die Kabine und gucken uns das an, wie es quasi aussieht. Damit ihr einen genaueren Blick in die Arbeit eines Synchronsprechers bekommt, vertonen wir heute für euch nochmal Szenen aus dem bekannten und geliebten Whole Cake Island Arc. Also dem Kampf zwischen Ruffy und, klar, Karakuri. Also mir. So, dann gucken wir mal, ob du es noch drauf hast, Marius. Boah, ich hab keine Ahnung, ey. Let's go. Es ist schon lange her. Karakuri. Und das ist, ähm, klär mich mal auf. Was ist das für eine Szene? Traumsequenz? 85. Genau. Hab ich. Ähm, Traumsequenz heißt, ist es ironisch gemeint oder ist es irgendwie real? Ja, das ist ironisch gemeint. Ist ironisch gemeint. Oh, ich hatte ja keine Ahnung, Flambe. Du bist so ein fürsorgliches Mädchen. Ich habe nichts anderes von meiner Lieblingsschwester erwartet. Was ist denn, was ist denn los mit dir Strohhut? Was ist denn los mit dir Strohhut? Ja? Senor Ruffy, kommen Sie bitte rein. Herr Gabriel, jetzt grünen Sie. Ich darf mit Ihnen zusammen sprechen. Ist das so? Sehr freundlich. Danke, gleichfalls. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Du bist doch ein würdiger Gegner für mich. Da kommen ein paar Schreie danach. Ja, würdiger Gegner für mich. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Du bist doch ein würdiger Gegner für mich, Strohhut. Ist das so? Sehr freundlich. Danke, gleichfalls. Okay, das ist ein bisschen schneller. Ich muss auch deutlich knapper sein. Pass auf, weil würdiger, dass das er da ist. Ja, würdiger Gegner für mich. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Du bist doch ein würdiger Gegner für mich, Strohhut. Ist das so? Sehr freundlich. Danke, gleichfalls. Nice. Wunderbar. Ja, im fünften Anlauf. Da kann man schon mal stolz sein. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Du bist doch ein würdiger Gegner für mich. Ist das so? Das kann ich nur erwidern. Du verlierst. Aber du verlierst. Ja, super. Okay, alles klar. Ein bisschen überschrien, aber... Ein bisschen überschrien, jetzt können wir keine Taste mehr machen. Aber egal, so ist es. Hey, kann mich jemand hören? Aber... Aber... Du verlierst trotzdem! Ich habe gehört, Julian Brand spielt in meinem Team. Kannst du vergessen, du spielst in Gelsenkirchen. Hallo Katakuri! Hallo Katakuri! Okay. Dann kommst du. Hallo Katakuri! Okay. Hallo Katakuri! Okay. Hallo Katakuri! Hallo Katakuri! Okay. So, jetzt kommt diese krasse Szene. Warte. Jetzt kommt dieser ganz krasse Take. Hier, misch dich gefälligst nicht ein. Halt dich da raus. Ich würde sagen, wir machen die sieben und fünf. Okay. Misch dich gefälligst nicht ein. Misch dich gefälligst nicht ein. Das ist ein Kampf zwischen Männern. Halt dich da raus! Bleib weg! Pass mich nicht an! Aua! Aua! Mir hat nur das Aua nicht gefallen. Scheiße, das war nicht so. Aua! Bleib weg! Pass mich nicht an! Aua! Aua! Sehr geil. Komm da vorne weg. Okay, geil. Okay. Check. Wasch ist dein Kampf zwischen Männern? Halt dich da raus! Aua! Bleib weg! Halt dich da raus! Aua! Bleib weg! Halt dich da raus! Das ist die Dispo. Bleib natürlich irgendwie mit Julian. Und hier unten steht dann die Rolle, die heute dran ist. Die Rollen heute dran sind. Wie viele Takes. Die Uhrzeit von wann bis wann. Hier stehen quasi die Takes alle aufgelistet. Mit Rollenname und auch welche Nummer das ist vom Take. Und dann haben wir hier den Bildschirm. Natürlich ganz wichtig. Und wir arbeiten nach dem Prinzip, wir sprechen immer auf die sogenannte vier. Das ist, wir haben quasi einen Taker oder einen Timer quasi, der rauf oder runter zählt. Eins, zwei, drei und auf der vier sprechen wir oder das Bild zieht sich zusammen. Und dann, wenn die beiden Balken zusammen sind, ist dann unser Einsatz quasi. Die vier ist unser Einsatz. Und diese roten Balken sagen quasi, dass wir gerade aufnehmen. Also dass es auf Rack ist, auf Record. Unter 2000 fange ich gar nicht an. Hey, du meinst wohl eher 2000. Aber das ist noch nicht alles, denn wir hauen noch einen raus. Einer der besten deutschen Fußballspieler, Nationalspieler bei Borussia Dortmund, Leistungsträger, großer Anime-Fan und großer One Piece-Fan, nämlich kein geringerer als Julian Brandt, der diesen epischen Torjubel im Spiel gegen Werder Brehn zu verantworten hat. Absolut feiner Kerl, genauso wie sein Bruder mit dem er da war, Yannis, hat auch ein Part eingesprochen bei One Piece. Ihr habt richtig gehört und zwar nicht irgendein Part, nicht irgendwie just for fun, sondern einen ganz offiziellen Part. Was es ist, wer es ist, dürfen wir noch nicht sagen, kommt erst ein paar Monate raus. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Ausschnitte für euch parat. Deswegen, stay tuned und viel Spaß. Let's go. Diese Stimme, ich kenne sie irgendwoher. Schön, noch ein bisschen breiter musst du mehr werden. Lass dir noch ein bisschen mehr Zeit, Druck war super. Was heißt breiter? Breiter heißt ein bisschen länger einfach. Also den, den, den zweiten Satz länger gezogen sozusagen. Genau, genau, genau. Also gar nicht künstlich, sondern lass dir noch ein bisschen mehr Zeit mit dem Satz, das auf den offenen Mund noch irgendwie drauf spricht. Diese Stimme, ich kenne sie irgendwoher. So krass, weil man am Ende, am Ende hat man so, wenn man anfängt zu reden, hat man eine Geschwindigkeit. Und sie dann runterzufahren, weißt du was ich meine? Weil du haust dann diese Geschwindigkeit sozusagen ein bisschen weiter. Diese Stimme, ich kenne sie irgendwoher. Das macht ja doch super, cool. Ja, aber schön, den schieben wir uns da zurück. Sehr gut. Ich gebe den Nächsten zu meiner, äh, zu meiner Mom und sag, ey Mann, ich freue mich echt, dich wiederzusehen. Nein! Ich hab sie deutlich gehört, warum! Hä? Ja süß! So ist es, mehr ist noch nicht. Ich will ja noch mal allein. Aber das war super, da haben wir noch ein bisschen was auf der Spur hier. Ich hab Gott sei Dank Wechselklamotten dabei, weil mein T-Shirt wird langsam nass. Echt? Ja, ja. Willkommen zu unserer Welt, ey. Oh! Einfach mal kurz Branche gewechselt, einmal Pornografie kurz einmal mitgebleiben. Ey, das ist sowieso so bei Anime-Lauten, wenn du das einfach so in die Augen zuhörst. Ey, Bro! Das ist wirklich so, Alter. Also war auf jeden Fall lauter bei beiden. Wenn der eine Balken durchs Bild gelaufen ist und dann rechts raus ist, dann fängst du an. Marker heißt im Prinzip, dass du die grünen Balken, die die vier symbolisieren, wo du weißt, dass der Take losgeht, die kommen sozusagen irgendwann im Take nochmal. Oder symbolisieren an der Stelle, wenn sie da zusammen gehen, kommt ein zweiter oder jeweils anderer Einsatz dazu. Das ist so Synchronspringen für Dumme, sozusagen. Nee, das ist nicht dumme. Weil du hast zum Beispiel das Bild von Ruffy jetzt und auf einmal macht es einen Schnitt und die anderen kommen ins Bild und das zu treffen. Ich meine, du kannst es dir merken, weil die Maus sagst du, wenn die Maus ungefähr bei seiner Zunge ist, dann weiß ich, da ist der Einsatz. Aber ganz ehrlich, wenn du einen Marker hast, das ist einfach viel effizienter, schneller und es hilft jedem. Das ist quasi ein Timing innerhalb des Takes, oder? In dem Fall hast du ja drei Einsätze, dann weißt du, wann ein Einsatz kommt. Wahnsinn! Ja, eins hat getroffen, geil. Ja, super. Cool. Dann Take 24. Und mit dem Druck jetzt, Julia, machen wir den Take davor nochmal. Ich schwöre, jetzt bleib so in dieser Haltung, die du grad hattest. Was? Er hat das alles verdaut! Alter, verdammt das gerade her, Alter. Das ist, Alter. Kräglich, Alter. Richtig geil. Okay, wir warten zusammen jetzt mal, komm. Ich hab irgendwie das Gefühl, Julian Brandt ist hinter mir her! What? I don't think so. Sehr geil, sehr cool. Geil. Geil. Das war's. Yes, das war's. Sehr, sehr geil. Ja, richtig geil. Das Croissant. Ja, warte, ja, warte. Jetzt geh, ich hab hier die Hälfte Croissant. Das Croissant. Was? Er hat das alles verdaut? Sehr schön, super. Geil. Finish. Großartig, Alter. Sehr gut gemacht. Respekt, so heiß. Aber Respekt. Respekt, richtig geil. Wirklich cool. Wirklich cool. Viele scheitern dann auch am Anfang daran, dass es ihnen einfach unangenehm ist, weil sie denken, oh, jetzt mach ich mich lächer, ich schreie hier. Aber das ist, du kannst, desto mehr du brauchst hast und desto krasser es wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Tag richtig geil wird. Genau, genau. Und es ist dann eher andersrum, dass wenn du versuchst, dich zurückzahlen, dann denkst du, boah, ich mach jetzt zu viel, dass dann die Regie an die Hälfte sagt, nee, 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 und komm ein bisschen mehr, trau dich, mach mehr. Und das war genau jetzt zum Beispiel beim letzten Mal, da sagt jeder sofort Hammer. Geil. Im Angegen ist es immer einfacher, Leute runterzudrosseln, als sie hochzupuschen. Hochzupuschen ist ja immer schwieriger. Aber wenn du um bist, wenn du jetzt so eine Energie bist, kann man dann beim nächsten Tag sagen, geil, aber jetzt ein bisschen weniger. Und dann ist es einfacher. Der Weg runter ist einfacher. Deswegen finde ich das auch geil, wenn eigentlich, also bei euch ist das ja meist zugesteht, der wundert sich alleine, glaube ich, in dem Kopf. Aber ich fand das halt geil, dass da ein paar Leute drumrum waren, weil man konnte sich noch mal schneller austauschen. Der eine kann auch mal schnell sagen, mach das so, wie du kannst. Also mir war das, ich fand das total geil. Und das, was wir da hinten gerade drin haben und hier dieses Zuschauerpublikum. Wenn du da Leute kümmerst, die jetzt, sag ich mal, noch nicht so versiert sind, dann gibt es ganz viele, die viel schneller zumachen. Ist ja klar, weil das einfach wie eine Bühnen-Situation ist. Du hast Angst, wenn die etwas falsch machen, dann lachen die über mich. Dann siehst du womöglich hinter der Scheibe zwei Reden oder die lachen über etwas völlig anderes, weil gar kein Urlaub gefallen ist. Und dann denkst du sofort, die lachen über mich. Und dann wird es noch krank. Aber gibt es da noch einen Plan, wenn wir den Vorhang auch zumachen und sagen, ich will, dass mich gar keiner sich gefühlt hat? Nur, wir haben letztens noch ein Stück, wir haben einmal einen Vorhang zur Regie und einmal einen Vorhang zum Essensbereich. Und manchmal sind da schon die anderen Sprecher und warten halt auf ihren Einsatz. Das heißt, die machen den Vorhang zu, damit die anderen Sprecher nicht reingucken. Aber ich muss ja mit denen kommunizieren. Das heißt, die werden den Vorhang zu machen. Also ich würde da auch in der Regie was sagen und ich glaube, als versierterer Kollege oder allgemein Kollege oder Kollegin, machst du es eigentlich insofern schon nicht. Weil, und das ist zum Beispiel während Corona auch, finde ich, ein Riesenproblem gewesen, wo wir ganz viele Remote-Aufnahmen hatten, wo die Regie nicht im Studio ist, sondern nur über Funk zugeschaltet ist. Und du hast, diese Kommunikation läuft natürlich über Sprache, weil du die Scheibe hast und natürlich irgendwie ja auch miteinander sprechen musst über das Mikro und alles. Aber diese kleinen Gestiken, die du dabei machst, dass du sagst, wie nach vorne, einfach dieser Zuckerraube, dieses Hinlangen auf die Brust und dieses Druck, das siehst du ja als Sprecher durch die Scheibe. Und das nimmst du mit wahr und das ist ein ganz anderes Erklären von Seiten der Regie und ein anderes Aufnehmen für mich zum Beispiel, wenn ich die Regie sehen kann, als wenn ich das über einen Lautsprecher höre. Ich habe zum Beispiel letzte Serie aufgenommen, also in der Realfilm oder Realserie, da hat der Esser, der hat gelegen im Fußbuch. Wir können uns nicht hinlegen, weil das meint dann irgendwie schwierig zu positionieren, aber der Regisseur ist reingekommen und mir so eine Matte gegeben, die ich hinten machen kann, um den Kopf nach hinten zu legen und diese Körperhaltung zu simulieren. Und dann verhält sich die Stimme auch dazu. Weil der Hals auch so auf Spannung. Genau. Spannung ist langgezogen und dann ist die Stimme auch. Und diese Situation versuchen wir hier auch herzustellen durch keine Tricks oder was. Deswegen ist es wichtig, Körperhaltung, extrem wichtig im Fußball genauso. Und wenn du unter Spannung bist, kannst du nicht die Ball trinken. Ja, das hast du halt gesagt, mit dem Arm verschränkt dich. Man muss sich erst mal in die Situation gewöhnen, sozusagen. Weil das Problem ist ja immer, was die auch gerade sagt, das ist so ein bisschen sprechend lauter, als es sich vielleicht am Ende anhört, sozusagen. Und das ist dann auch so ein bisschen, dann meistens so... Genau. Aber es bringt so ein bisschen dieses Reelle wieder rein. Genau. Je nachdem, wie das Bild ist. Ich meine, wenn du sagst, du musst da frei schreien und stehst da und machst so, wirst du keinen richtig offen entscheiden. Ja. Aber wenn der natürlich auch da so dasteht und halt verkrampft ist, und dass du dich zum Beispiel irgendwie sich schämen und sagst, ich habe es nicht so gemeint, ich wollte das nicht, dann wirst du nicht so dastehen, ich habe es nicht so gemeint. Sondern du stellst dich natürlich auch so hin, weil du diesen Krampf, diesen Druck im Körper erzeugst und das presst hier den Hals zusammen und dann kriegst du auch dieses Akne. Genau. Und obwohl es Voice Acting ist, ist es nicht nur Voice Acting, sondern Acting im ganzen Körper. Und das vergessen viele Leute, weil viele, auch 99 Prozent aller Menschen, auch Nichtsprecher, sprechen von hier aufwärts. Die blockieren den kompletten restlichen Körper. Stimme geht durch den ganzen Körper durch. Und das ist etwas, was wir auf der Schauspielschule lernen, das ist am Sprechtraining und so weiter und so fort. Der ganze Körper ist ein Instrument. Nicht nur die Stimme so. Und das vernahtlässigen sehr, sehr viele. Und auch einen Schrei, gerade ein Ruffield, auch Mikro-Schein und sowas. Wenn du siehst, wie wir einfach so vom Mikro sind, dann sind wir richtige Ungeheuer, weil wir uns diesen Charakter noch werden in dem Moment. Die Stimme muss durch den kompletten Körper durch. Man sagt ja auch, man soll halt nach vorne sprechen, weil man hört halt eigentlich immer sofort, wenn der so in sich rein so ein bisschen spricht. Auch bei so leiseren Szenen, du hörst halt, dass du nicht dieses nach vorne raus artikulierst einfach. Das merkt man sofort. Deswegen, die sagen auch bei so vielen Aktien, muss trotzdem so ein gewisser Druck in der Stimme immer sein. Auch wenn du ganz leise sprichst, dann wird sich das nicht so ansieht. Also das merkt man direkt, dass das nicht präsent genug ist, auch wenn es ein leiser Charakter bleibt. Ja, aber was ich zum Beispiel gar nicht so beachtet habe, wenn du so aus den Szenen am Feuer abwechselst, dann wird der redet ja gechillt. Aber mehr Druck zu erzeugen, weil ihr es dann am Ende wieder ein bisschen runterpatcht sozusagen, das hat man dann in dem Moment gar nicht im Kopf, weil man denkt, ich muss jetzt genau seine Tonlage oder seine Höhe sozusagen finden. So, ich habe hier Bene Gutian, Stimme von Brooks in One Piece. Richtig. Wir sind hier bei Rescue Film quasi, natürlich dem Studio, wo alles angefangen hat. Wo One Piece seit wie vielen Jahren schon aufgenommen wird? Hier in dem Studio erst seit drei Jahren tatsächlich, aber insgesamt seit 20 Jahren gibt es ja One Piece. Seit 20 Jahren. Crazy. Wie lange sprichst du Brooke schon? Also Brooke kam ja später dazu, ist glaube ich das vorletzte Mitglied der Bande, der Stroh und Bande genau. Und ich würde sagen seit elf, zwölf, dreizehn Jahren irgendwie ist er mit dabei. Es sind schon krass viel. Ich meine, ich habe ja Katakuri vor drei Jahren angesprochen. Das heißt, du bist einfach mal zehn Jahre on top dabei. Inwiefern hast du das Gefühl, dass du dich mit dem Charakter zusammen entwickelt hast? Das ist eine Frage, die mir immer gestellt wird bei Attack on Titan zum Beispiel. Also da ich den Brooke ja relativ hoch anlegen muss und der ja immer so kommt, hat sich dahingehend meine Stimme gar nicht so sehr verändert, weil ich ja meine Sprechstimme, meine normale da gar nicht einsetze, weil ich ja immer hier, immer hier in diesen Höhen unterwegs bin. Ziemlich gerne Schade bei dir. Ja, danke, danke. Und auch die Lache. Ich meine, du kennst das, auf Lachen angesprochen zu werden, oder? Dein Signature-Move. Und das ist bei Brooke ja auch so mit diesem Johohohoho. Das ist auf jeden Fall crazy. Und ja, das ist eine Traumrolle, also eine Kultrolle. Ich werde echt sehr oft darauf angesprochen. Echt? Du bist erkannt auch irgendwie? Ach, erkannt nicht, weil ich stehe selten bei McDonalds und sage, Johoho, ich hätte gerne einen Big Mac. Also von daher ist bei mir… Dann würde ich aber feiern, willst du mehr? Ja. Dann heißt er, ach, One Piece, wen sprichst du da? Und ich sage dann, Brooke, dann hat man oft… Du bist ja schon von Brooke in One Piece. Und singst du den auch immer selber? Werd ich auch immer gefragt, weil der singt ja auch immer relativ viel und dann sing ich ihn selber, ja. Johohoho, 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 Johohohoho, Captain Binz will einen Hund, ich bringe ihm die Flasche drum. Hast du eine Gesangsausbildung? Bist du Sänger? Background? Nee, gar nicht, gar nicht. Ich habe dahingehend gar keine Ausbildung. Ich habe immer schon gesungen als Kind auch mit der Gitarre. Und es gibt Rollen, die kann ich selber singen. Aber es gibt auch… Also wenn es dann irgendeine Disney-Rolle ist oder so, und da ist dann ein Musical, Star im Original, da sage ich dann Freunde. Das macht gerne wer anders. Hast du dann auch Brick Starke? Ja, habe ich gesungen. Geil. Das ist echt gut. Genau. Das ist so ein Lied, das könnte ich mir auch bei Hochzeit vorstellen. Johohohohoho. Aber kommst du erstmal hier aus dem Schauspieler? Du hast gesagt, du bist auch Radiomoderator. Ich habe ja mal einen Podcast zusammen gemacht. Das ist ja so cool. Genau. Hart 4. Hart 4 mit Jacqueline Bälle. Könnt ihr hören. Was ist dein Background? Ich komme aus einer ganz normalen bayerischen Familie. Und bei mir hat überhaupt… Du bist aber Dortmund-Fan, habe ich gehört. Heute ja. Du musst ja jetzt sagen, weil Julia da hinten sitzt. Heute ja. Schwarz-gelbe Couch hier, aber heute bin ich Dortmund-Fan. Du gehst auch gleich ins Stadion, bist auch für die Hertha, habe ich gehört. Natürlich. Aber das wird ja auch nichts helfen, der Hertha. Selbst wenn ich dafür wäre, glaube ich heute. Ne, ich komme wirklich aus einer stinknormalen bayerischen Familie mit einer Lehrerin Mutter und einem Papa, der Zahntechniker gewesen ist. Und ich habe dann nichts mit Schauspiel am Hut gehabt. Aber eine Freundin meiner Mutter, die Marina Köhler, kennt vielleicht auch die ein oder andere, macht auch Regie in München zum Beispiel, spricht auch immer wieder. Ich bin ja meistens in Berlin. Genau. Und die hat mich dann mal mitgenommen und gesagt, Mensch, der Junge, der ist ja so aufgeweckt und der traut sich immer da. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal beim 40. Geburtstag von meinem Dad was vorgeführt. Das wird mal der Broken One Piece. Ja, genau, genau. Damals schon gewusst. Und da wurde ich mitgenommen und habe dann halt da ein bisschen Quatsch gemacht. Und dann hat es gesagt, ja, der hat keinen Dialekt und so. Und den nehmen wir mal mit. Und dann habe ich da Takes probiert und dann ging es relativ schnell los. Du kannst aber einen bayerischen Dialekt herstellen. Vielleicht nicht. Wenn ich mit der Oma rede, dann muss ich so reden, wenn die Oma sagt, ich verstehe dich nicht. Aber ich kann mich zusammenreißen. Aber Stichwort Hochdeutsch oder Dialekt. Wir werden immer gefragt, wir Sprecherinnen und Sprecher, wie wichtig oder wie schlimm ist es, dass ich einen Akzent habe oder einen Dialekt habe. Die Frage kann man eigentlich relativ leicht beantworten. Ich glaube bei Schlimmen. Es ist nicht so gut, genau. Also wenn es eine Realfilmserie oder ein Anime ist oder sowas in einer ausländischen Sprache, ist Hochdeutsch eigentlich immer Standard. Wenn ihr einen Dialekt habt, ist es nicht so schlimm. Aber für Synchrones ist es natürlich, muss man den einfach wegtrainieren. Kann man aber alles machen. Oder? Ja. Also ich hatte diesen, das kann natürlich sein, ja. Also ich habe bei Family Guy auch schon bayerische Bäume gesprochen. Wird auch in München synchronisiert. Wird auch in München synchronisiert. Da bin ich übrigens Chris, der Family Guy Sohn, der Dicke bin ich da. Crazy, Alter. Was? Genau. Wird aber auch in München gemacht, die FFS. Wird in München gemacht, genau. Die Arena. Die Arena. Hey Dad, Stewie hat mir ins Bett geschissen, Mann. Das ist eine ESD-Geschichte. What the fuck? Okay, alles klar. In München werden allgemein geile Sachen gemacht. Family Guy wird gemacht. Simpsons wird gemacht. Die Sandra habe ich letztes Jahr getroffen. Genau. Was wird hier noch gemacht? South Park? South Park wird gemacht, genau. Da war ich letzte Woche Prince Harry in South Park. Ist wirklich krass. Also München ist ein sehr, sehr großer Synchronstandort. Nicht so groß wie Berlin, aber hier werden teilweise einige richtig krasse Serien und Filme gemacht. Sprichst du in Berlin auch? Bist du öfter in Berlin? Ja, bin auch wieder. Also wenn Schauspieler, die ich spreche in Berlin sind, dann gehe ich nach Berlin. Aber ansonsten bin ich oft hier, weil ich ja noch Radiomoderator bin. Ist das so. Also pendeln geht da nicht so viel. Radio wo? Bayern 3. Du bist bei Bayern 3. Genau. Was du alles erfährst hier in dem. Brook ist jetzt im 13. Jahr fast? 14. Jahr? Ich denke, oh Gott, ich nagel mich nicht fest. Aber irgendwie sowas. Krass. Und du hast heute dann zwei Takes gehabt. Ja. Zwei Takes. Das war nur zur Probeerd mehr in dem Vlog. Ach so, ich wollte gerade sagen. Zwei Takes. Damit du was für dein Feature hast. Dann habt ihr ihn mal gesehen. In Rivialo ist unser Feature drin. Ja. Genau. Habt ihr noch Fragen? Vielen Dank. Viel Spaß. Ich bin wirklich erotisiert. Vielen Dank. Es war sehr schön. Danke. Schön, dass wir uns irgendwie nochmal getroffen haben. Herzlich Willkommen. Wir sitzen hier bei Rescue Film und zwar in der Regiekabine. Hinten ist die Kabine, wo wir eben mit Julian und Janis zusammen aufgenommen haben. Ey Julian, was sagst du? Erster Eindruck danach? Geil. Ich habe schwitzige Hände gehabt, aber war geil. War es so, wie du es dir vorgestellt hast im Vornherein oder war es schwieriger, vielleicht sogar einfacher oder anders? Es war zum Teil identisch und zum Teil anders. Ich dachte wirklich, dass ich komplett alleingelassen an dieser Kammer stehe und mich am Ende da durchsetzen muss. Aber es war tatsächlich anders. Wir standen da unter anderem mit dir, mit Daniel, mit Janis dann auch teilweise und es war total witzig. Es war echt geil. Ohne Witz. Ich meine, als wir damals angefangen haben mit Synchronen oder sowas, waren wir genauso lost. Und da waren natürlich dann die Regisseure, die uns dann an die Hand genommen haben und gesagt haben, hey, bis auf, cool, mach mal so und so, mach mal so und so. Das ist der ganz normale Prozess. Ich finde, wir finden, ihr habt euch mehr als Wacken geschlagen. Ohne Witz. Gerade der letzte Take. Ja, der war super. Es gibt einige Sprecher, die sprechen nicht so. Ist dort mit dir in der Mannschaft der einzige, der auf Anime steht? Oder hast du noch andere Kollegen? Ne, wir haben tatsächlich, es ist mehr oder weniger schon ein offenes Geheimnis. Wir haben tatsächlich mehrere Jungs bei uns, die viele Facetten im Anime gucken. Echt? Ich glaube, ich darf das sogar auch sagen. Karim Adeyemi ist ein ganz großer Fan. Rafa Guerrero. Wir haben ein paar Jungs, die ein bisschen jünger sind. Julian Durandville heißt der. Sebastian Allaire guckt momentan One Piece von Folge 1 bis Ende durch. Luter Mann! Der ist seit drei Wochen nur damit beschäftigt, sein Handy quer zu halten. Hast du ihn animiert dazu oder ist er einfach irgendwie... Ja, es ist tatsächlich krass, weil wir, wenn wir uns immer vorm Training zum Beispiel noch beim Mittagessen treffen, reden wir oft drüber und die Jungs sind halt um uns rum gescharrt manchmal und die denken sich so, Digga, worüber reden die? Und irgendwann glaube ich, fängst du dann an, weil es ja auch einen gewissen Hype jetzt wieder durchlaufen ist, dich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, er hat da jetzt Bock drauf gehabt. Genau, und da haben wir schon echt ein paar, die das machen. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist cool. Hast du allgemein das Gefühl, dass Anime im Mainstream, ich sag jetzt nicht nur Fußball, sondern Mainstream allgemein. Ich kann mich erinnern, wie hieß der von Liverpool? Der hat den Attack on Titan-Dings gemacht nach dem Tor. Ich glaube, der hat früher auch mal bei Leipzig gespielt. Der hat nach dem Tor diesen Attack on Titan-Move gemacht. Keita, oder? Bei Leipzig gespielt? War das bei Leipzig? Ich kann mich auch irren. Ich glaube, das war Liverpool oder Mainstream. Aber es wird ja ein zaller Trend momentan, Anime-Sachen. Super Trend. Wir hatten ja drüber geredet. PSG, Ultras. Das ist irgendwie allgemein auch irgendwie so von den Ultras, von den Fans her so ein bisschen auch das Meme aufgenommen wird, das Theme, Anime-Theme aufgenommen wird. Voll, voll. Also jetzt gar nicht auf One Piece bezogen. One Piece ist jetzt gerade so ein bisschen aktuell ein Thema. Klar, bei mir war es jetzt natürlich ein Thema durch die letzten Wochen. Karim hat auch geplant, in Zukunft da nochmal was zu machen, glaube ich. Das ist mein Gefühl. Der hat viele Sachen mit seinen ganzen Saltis und hast du nicht gesehen, aber ich glaube da. Aber wenn ich mich auch so ein bisschen zurück erinnere, gab es auch oft oder viele Szenen, teilweise auch von Marco, die dann so ein bisschen diese Dragon Ball Z Fusionsgeschichten Marco auch oder was? Ja genau. Das war dann aber nicht auf gewisse Jubel durch Tore, sondern so beim Aufwärmen zum Beispiel, beim Stretchen und so. Also das ist schon ein präsentes Thema und das wird nicht weniger, das wird mehr, weil der Anime wird ja auch immer krasser und geiler, muss man ja auch einfach sagen. Ja, wird immer krasser. Aber jetzt ist auf jeden Fall, glaube ich, der Torjubel so ein bisschen dein Signature-Move geworden, kann man sagen, oder? Inwiefern hat sich das in der Wahrnehmung verändert, seitdem du das gemacht hast? Also ich sag mal so, ich musste jetzt natürlich ein paar Durchläufe machen für die nächste Saison, wo wir jetzt ja schon Content kreieren, ob das auf Videoleinwänden ist, ob das Autogrammkarten sind oder sonstigen Kram. Und da wird eigentlich immer gefragt, was ich bis dato gehasst habe, ja mach mal einen Jubel, so schrei mal. Und ich mochte das nicht, weil ich bin das nicht, dieses Rausschreien. Und mittlerweile ist dann so, ey, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Und es ist crazy, also wirklich. Ich weiß noch, wo wir zusammensaßen und haben gedacht, ey, so ein One Piece-Jubel wäre geil. Ja, was machen wir genau? Wir haben echt gegrübelt und irgendwann kam Law so ein bisschen ins ganze Geschehen rein, fanden wir total cool. Genau, und jetzt mittlerweile ist das so, dass tatsächlich Fans am Drehslande sind und sagen, können wir ein Foto machen, aber mach mal bitte deine Pose. Also als wenn ich jetzt schon irgendwie so ein Charakter bin, der das erfunden hat. Aber nee, es ist cool, weil ich teile die Leidenschaft ja genauso wie alle anderen Männer und Frauen meistens. Der Torjubel ist weltweit viral gegangen. Du hast danach auch so ein Video irgendwie rausgehauen. Genau, auf Instagram-Kanal. Genau, auf Instagram-Kanal, wo auch eine Animation quasi da reingeflassen ist. Das wurde wieviel Millionen Mal angeklickt? 24, 28, also 25 Millionen. 25 Millionen, crazy. Also daran sieht man, wieviel Potenzial Anime hat. Was es eigentlich schon immer hatte, aber jetzt bekommt es quasi auch... Was ich auch schon mal gesagt habe, aber keiner hört ja auf mich. Das stimmt, aber jetzt bekommt es eben auch diese globale Anerkennung. Auch im Mainstream. Vorher war das immer so ein Nischending, so ein Nerdy-Ding. Und jetzt auf einmal siehst du in den Conventions, wo wir auch immer sind, so wieviel Leute auf einmal irgendwie da sind. Frage zu den Aufnahmen. Daniel, wie lange nehmt ihr schon auf One Piece? One Piece? Ja. Wir haben im Jahr 2003 angefangen. Da war auch das Casting und da habe ich meinen ersten Take gesprochen. Ich weiß es deswegen. Ich habe letztens wieder überlegt, ob es wirklich stimmt, aber ich bin mir zu 99,9 Prozent sicher, weil ich damals im Zivildienst war und die ersten Takes, weil wir Druck hatten mit den Aufnahmen. Wir mussten ja abliefern. Und ich war aber noch im Zivildienst und konnte tagsüber teilweise nicht sprechen, weil ich da Essen ausgefahren habe. Und ich bin dann immer mit dem... Gott, heute darf man es sagen, es ist verjährt. Ich bin dann immer mit dem Zivildienst-Malteser-Bus zum Sprachstudio gefahren und habe dann am Abend noch irgendwie meine Takes aufgenommen. Ich bin dann mit dem Bus wieder nach Hause, obwohl es eigentlich gar nicht in der Arbeitszeit war. Weil jetzt ein Problem. Aber deswegen. Und das war eben im Jahr 2003. Also ja, 20 Jahre jetzt. Ey, es ist total surreal, wenn ich da jetzt einhaken darf. Ja, ja. Ich hatte... Ich bin Baujahr 96 und ich habe quasi... Mit sechs Jahren bin ich in die Gutschule gegangen, das war zwei bis 2006. Und genau da ging das los bei mir, Pukito TV RTL 2. Krass, Mann. Und im Grunde genommen... Und das ist jetzt das Verrückte, wenn man sich das mal so überlegt. Das heißt, ich habe meine Jugend damit verbracht, seine Stimme zu hören. Hab damit angefangen, diese Serie zu gucken. Und jetzt bin ich 26. Das sind 20 Jahre später. Sagen wir, das sind 18 Jahre später. Und jetzt sitzen wir hier gemeinsam ins Studio. Und ich plapper hier auch mit meiner Deppenstimme hier irgendwas rein. Das ist total... Es ist krass, wie schnell das im Leben geht, dass man sich auf einmal dann doch die Wege... Dass sich die kreuzen haben. Guckst du... Natürlich wichtige Frage. Oto in Japanisch oder Deutsch? Du hast gesagt, du hast angefangen mit Deutsch. Du hast irgendwann gewechselt. Genau, genau. Ich habe also... Ich würde sagen jetzt... Um das so ein bisschen... Also bis... Ja, Marienfort war alles Deutsch. Ja. Klar, als Kind sowieso immer Deutsch. Deswegen... Ja... Wenn er dann quasi in seine Stimme reingeht, dann ist natürlich... Dann kommen so... Kindheitsgefühle so hoch. Und zum anderen... Ja, genau. Dann ab Marienfort hast du dann so ein bisschen... Weil der japanische... Diese japanische Synchro war einfach dann ja ein bisschen weiter. Und ich... Bei mir war das so krass. Ich war so süchtig irgendwann. Dass ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht warten, bis die deutsche Synchro fertig ist. Dann habe ich die japanische und... Weil ich dann... War die Synchro japanisch fertig. War ich so süchtig. Da habe ich dir angefangen die Manga zu lesen. Weil ich... Ich wollte es halt einfach wissen sozusagen. Und so hat sich das dann so aufgebaut. Also ich... Mittlerweile ist mir der Manga nicht mehr mehr genug. Ich gucke mir YouTube Videos an. Was für Theorien, was als nächstes kommt. Also es ist wirklich... Es spitzt sich immer weiter zu. Das ist crazy. Das ist crazy. Stichwort Simuldab. Das ist ja auch ein Thema. Macht ihr aber glaube ich nicht. Den Druck habt ihr nicht. Nein. Zum Glück nicht. Simuldab kurz mal... Vielleicht Daniel oder Marie, könnt ihr das mal kurz erwähnen. Oder erklären, was es ist. Für diejenigen, die es nicht wissen. Das ist doch... Dass das quasi... Zeitgleich mit dem japanischen rauskommt. Zeitgleich mit dem japanischen rauskommt. Aber das ist für uns natürlich auch so ein Thema. Ich glaube, da wird unsere Redaktion wahnsinnig werden. Weil... Noctail. Also diese ganzen Wortwitze, die dann erst später erklärt werden. Also... Ich sag mal so. Es ist natürlich echt cool, wenn wir da so nah dran sind. Also jetzt sind wir auch schon relativ nah dran. Aber man hat ja immer noch die Hoffnung, dass man dann... Ah! In so ein paar späteren Folgen erklärt kriegt. Okay, darauf läuft das jetzt hinaus. Und das heißt, wir können bei uns in den Texten, wenn wir die Texte schreiben, da schon so ein bisschen anteasern oder so mit reinnehmen. Dass man nicht denkt, oh Gott, das meinten die. Okay, gut. Da haben wir jetzt einen Fehler bei uns drin. Oh Gott. Wie weit seid ihr denn hinter der japanischen her? Weißt du so ungefähr? Also wir haben jetzt bis 1050 machen wir jetzt gerade. Und die sind bei 1063? 64? Okay, also das ist gar nicht so viel. Ich denke da dran gerade. Okay, krass. Also der Druck ist eh dran, da. Weil du irgendwie trotzdem liefern musst. Aber halt nicht ganz so krass, wie wenn jetzt irgendwie Simul-Dub-Verhältnisse... Ja, natürlich. Weil wir kriegen halt, wie gesagt, wegen Love Tale ist halt das beste Beispiel. Wir kriegen halt immer gesagt, warum habt ihr da jetzt Unicorn draus gemacht? Und wann ändert ihr das? Und das haben wir jetzt in den letzten Folgen, haben wir es jetzt halt geschafft, dass wir diesen Übergang von Unicorn zu Love Tale gemacht haben. Da hat dann unsere Redaktion so richtig geilen Move gemacht. Und das dann vom Erzähler so einläuten lassen. Nach dem Motto, ja es wurde früher Unicorn genannt, aber jetzt ist der Name klein. Also das haben die echt ganz gut gemacht, diesen Übergang da. Aber deswegen, das hat immer so ein bisschen die Angst, dass man dann irgendwie vielleicht nicht weiß, okay, worauf wollen die grad hier an der Stelle jetzt hinaus. Dann ist immer gut zu wissen, wenn wir schon so ein bisschen dann... Also Manga lesen die auch alle bei uns in der Redaktion und so, die Katrin. Deswegen weiß die auch schon das meiste, aber trotzdem ist immer so die Gefahr dann. Genau. Übrigens, was ich natürlich vergessen habe zu machen, uns alle mal vorzustellen. Marie, Jeanne, erklär ganz wichtig, aber ich gehe davon aus, dass die Zuschauer vielleicht einfach unsere Stimmen oder natürlich Julian kennen sie und Janis, den Bruder kennen sie wahrscheinlich auch. Janis Brandt, der Bruder von Julian. Wer ist eigentlich die ältere von euch beiden? Du ist der ältere? Ja, das sieht man an Bartbuchs. Kommt noch, kommt noch. Kürzer. Aber wie viele Jahre sind das so? Drei. 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 Ja genau, wir haben noch einen ganz kleinen Bruder, wir sind alle drei Jahre... Ich bin 99 und Jascha, der kleinste Bruder, ist 0,3. Drei, dreieinhalb Jahre so ungefähr, ja. Aber du hast mit Fußball nicht so viel zu tun oder was machst du? Nee, ich habe früher auch gekickt so, aber ich habe dann irgendwann gesagt, komm ich lass es sein. Ja, wie bei mir. Und habe dann irgendwann so ein bisschen erstmal den normalen Weg gegangen. Ich habe ja mit Julian und zusammen in Köln gewohnt, habe dann studiert, Mediendesign. Ja, und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich Bock mich selbstständig zu machen und habe halt jahrelang fotografiert. Und als Fotograf habe ich mich dann... Er ist der Kreative aus unserer Familie sozusagen. Ja, das... I get it, man. Aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte 100% Fußballer werden und mein Traum ist geplatzt, sondern... Ja, klingt kitschig, aber mein Traum sind dann andere oder ja, habe andere Träume als jetzt auf dem Platz zu stehen. Ich glaube, manchmal kommt es eben genauso, wie es irgendwie kommen soll, wenn man irgendwie nicht tunnelblickmäßig in etwas festhält, weißt du, sondern einfach guckt, ey, wohin bringt mich das Leben eigentlich so? Worin bin ich denn? Ja, aber es ist manchmal lustig, weil Leute dann immer so fragen so, warum bist denn du kein Fußballer geworden? Und dann sage ich, ja warum bist denn du kein Fußballer geworden? Ja, man denkt dann immer in der Familie, das muss so die Norm sein. Jeder muss und das dreht sich alles nur, aber für mich war es so geil. Also das klingt jetzt echt kacke, weil ich natürlich, wenn er es jetzt gewollt hätte, hätte ich es ihm natürlich gegönnt von vollem Herzen. Aber ich finde das so geil, dass man neben dem Fußballplatz durch ihn auf andere Gedanken kommt. Und einfach auch, also auch solche Sachen, wenn er jetzt Fußballer wäre, er würde wahrscheinlich hier gar nicht mitkommen zu dem Termin. Du hast jetzt einfach, er sieht das nochmal aus einem anderen Blickwinkel, weil er diese kreative Schiene hat und so. Das ist total geil und das gibt mir so ein bisschen, ja, mal andere Vibes als nur dauerhaft, um diesen Runden Ball zu reden. Das ist cool. Marie ist die Stimme von Flambé. Mhm. Du machst aber auch Regie, richtig? Ich teile mir die Regie mit der Katrin jetzt bei dem Blog aktuell. Katrin macht ja auch unsere, die ist ja auch unsere Redaktion. Ihr teilt das immer auf in Blöcke, dass wir das mal erklären. Wir haben verschiedene Aufnahmeblöcke und dann teilt die Regie auch auf. Wir hatten jetzt vier Blöcke jetzt bei den Folgen, die wir jetzt hatten. Die ersten zwei hat die Katrin gemacht und die letzten beiden habe ich dann jetzt gemacht. Deswegen hatte ich ja das Vergnügen, hier auch bei dem Blog bei euch dabei zu sein. Und genau, und das mache ich jetzt auch schon seit Folge 786, glaube ich, bin ich dabei. Krass. Das ist jetzt auch schon... Das ist auch schon Teil des Teams, das ist seit mehreren Jahren. Ja, schon ein paar Jahre jetzt her. Die Zeit vergeht echt schnell, ja. Krass. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier sein darf. Das ist echt ein Traum von mir. Weil ich bin auch so ein Pukito-TV-Kinder von früher noch. Und ich weiß noch, keine Ahnung, meine Oma hat immer früher zu mir gesagt, weil ich immer dann die Hausaufgaben so ganz schnell gemacht habe, weil ich dann zu One Piece natürlich vorm Fernseher sitzen wollte. Und sie hat immer so, warum guckst du diese Pipi-Dufki? Ich komme halt aus einer polnischen Familie, ne? Pipi-Dufki-Totoyest, so, ne? Und ich war immer so, ja, das ist geil halt, ne? So, und wenn ich ihr jetzt sagen könnte, ist leider schon verstorben, dass ich damit jetzt mein Geld verdiene, so. Das ist einfach so richtig surreal, teilweise. Ja, das ist krass. Viele Leute können halt nicht verstehen, was sie so machen, so. Ja. Es reicht nicht, wenn so irgendwelche Clips von mir sind, wo ich dann irgendwie crazy abgehe und schreie, so. What the fuck, was macht dieser Typ, Alter, ist aus dem Heim entflohen. Ja, aber dann, ich glaube dann wiederum, gerade diese Szene versteht dann ganz gut, dass ein Anime genau das natürlich irgendwie, dass das Gold ist, so, ne? Ganz wichtig. Früher hatten wir auch, ne, Pukito-TV, glaube ich, da waren wir schon zu alt für, aber wir sind natürlich mit RTL 2 und sowas groß geworden, glaube ich. Ja, er hat da das Interview gegeben, das Legendäre da, das bei Pukito-TV. Das Legendäre? Das Legendäre? Deswegen wohl Pukito, berühmt. Gebt das ein bei YouTube hier. Ja, keine Ahnung. Pukito-TV Daniel Schloch, das ist ein Megawitz. Ich kenn's, also so berühmt ist es nicht geworden, dass ich es gesehen habe. Ich zeig's euch gleich, ich zeig's auch megawitz. Was ist denn das jetzt? Posi Max, strahlt das jetzt aus? Ja, genau. Genau, Posi Max. Das ist crazy, ey. Ich hab ja ein paar Fragen, so, ich hab gestern einmal ein paar Fragen gestellt an meiner Twitter-Community, damit ich die heute stellen kann. Wenn zum Beispiel Freya 90 fragt, hättet ihr anfangs je gedacht, dass One Piece so viele Folgen haben wird? Gute Frage. Ich schon, ja. Ist ja so ein Mammutprojekt. Echt? Ja. Wodurch, als du damals die Rolle bekommen hast, wurde die gesagt, ey, bis hoff, du bist 20 Jahre später auch noch hier in der Kabine. Kein Mensch hat ansatzweise irgendwas geahnt. Das Einzige, was wir wussten, dass wir, glaube ich, 80 oder 90 Folgen hatten und dass das halt eine Anime-Serie ist und ganz reduziert aufs Wesentliche. Es war damals halt ein Job und 80 Folgen, 90 Folgen, einen festen Job oder eine feste Rolle zu haben, ist natürlich einfach eine gute Einkommenssituation. Und wenn es dann noch ein schönes Projekt ist, was Spaß macht, ist es halt eine tolle Kombi. Und mehr war es nicht, weil wir alle, alle damals überhaupt nicht wussten, wohin das Ganze geht. Und das hat sich dann natürlich relativ zeitnah abgezeichnet, dass es größer wird, weil dann kam der nächste Blog mit 130 Folgen und dann kam wieder ein Blog mit 130 Folgen. Und auf einmal wusstest du, aha. Und dann hast du dich natürlich angefangen zu informieren und auf einmal hast du gemerkt, was dahinter steckt. Und das betrifft uns aber alle. Wir haben ja auch viel uns unterhalten, logischerweise Kollegen. Und wir haben dann irgendwann auch alle angefangen zu realisieren, was es ist und wohin, was für eine Tragweite das Ganze hat. Aber, das haben wir gerade schon angesprochen, in den letzten Jahren hat, oder ich glaube, ich würde sagen, in den letzten sechs, sieben, acht Jahren hat das Ganze so einen Boost bekommen. Also jetzt nicht nur One Piece, sondern einfach die Anime-Branche. Und wir kriegen es ja auch mit. Also die Anfragen, die Einladungen zu Conventions, zu irgendwelchen Szenetreffen, etc. Klar, natürlich auch die Social-Media-Aktivitäten, die jetzt zugenommen haben in den letzten zehn Jahren extrem. Die Anfragen über Instagram, etc. Das ist natürlich auch nochmal Treibstoff für den ganzen Hype. Aber trotzdem auch ohne das. Ich glaube einfach, dass dieses Thema Anime über die letzten 20 Jahre so krass in Deutschland aufgebaut wurde und so präsent geworden ist und so viel mehr Zulauf bekommen hat. und Interesse, was echt toll ist, weil es den Projekten einfach gerecht wird und einfach der Arbeit, die dahinter steckt und auch dieser Kunstform irgendwo. Und eben nicht mehr als Kinderserie oder Kinderquatsch abgetan wird und damit halt auch einen anderen Stellenwert bekommt in der Produktion. Ich sage nur, damals eben unsere, ich kann es immer wieder nur sagen, unsere Einschränkungen, die wir damals erfahren haben, hinsichtlich unserer Art zu spielen, zu sprechen, weil es ja uns suggeriert wurde oder eigentlich nicht suggeriert, sondern klar und deutlich ausgesprochen wurde. Das ist ein Kinderformat und in einem Kinderformat darf man nicht aggressiv sein. Was dazu eben führte, dass wir uns zurücknehmen mussten und bei epischen Szenen, die viel mehr Intensität erfordert hätten. Kindergerecht, in Häkchen kindergerecht zu machen. Quasi geredet haben und nicht geschrien, keine großen Emotionen erzeugt haben, was uns heute noch mitunter vorgeworfen wird. Zu Recht. Aber eben dadurch von unserer Seite entschuldigt werden muss, dass wir es nicht durften. Wir waren einfach angehalten, wir sind in dem Fall weisungsgebunden gewesen und durften es nicht. Das wusste ich nicht. Das wussten viele Fans nicht. Die Altersfreigabe wurde auf Sex runtergeschnitten, da wurden auch Szenen rausgeschnitten. Eine riesen Zensur wurde ja damals schon kritisiert, habe ich damals im Internet auch nachgelesen. Wo alle sagten, wieso werden die ganzen Blutspritzer oder irgendwelche Schläge, die richtig ins Gesicht gehen, warum wird das rausgeschnitten? Und das ist eigentlich eine Vergewaltigung dieses Produkts, weil es lebt auch davon, das ist einfach ein Kunstwerk. Und du kannst auch nicht bei einem Picasso irgendeine nackte Frau rausschneiden, weil du sagst, das ist irgendwie erotisierend oder sowas. Das möchten wir nicht sehen in unserer Gesellschaft. Das gehört zu diesem Bild dazu und das gehört nun mal in das Bild rein. Das kannst du nicht einfach rausnehmen. Das hat mich damals schon sehr geärgert. Und jetzt haben wir eben, wie gesagt, aufgrund der Nachfrage und aufgrund des Stellenwerts, den die Projekte haben, haben wir jetzt auch zum Glück dieses Bewusstsein hier in Deutschland, dass halt die Produkte so gelassen werden, wie sie sind. Und damit natürlich auch dem ganzen Fantum auch gerecht werden und das ist wunderbar. Da habe ich noch eine kleine Anekdote dazu. Wir haben jetzt in dem Blog, haben wir ganz viele Rückblicke, es gibt ja immer bei One Piece sehr viele Rückblicke. Und da haben wir jetzt diese Ohara-Rückblicke, wo diese Zensur auch so richtig krass war. Ich hatte es als Kind geguckt, ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, dass das so krass war. Und dann musste ich quasi, wir müssen immer das so rausschreiben und am besten, wir haben manchmal nicht die Folgen für eine Kopiere zum Beispiel, das wird neu aufgenommen dann quasi. Und dann kam da eine Szene, wo jemand einem anderen eine Knarre an den Kopf fällt und sagt, ich ziehe dir jetzt die Ohren lang. Also ich schreibe die Texte jetzt bitte um bei der Szene. Und dann, also das wurde so entschärft und, oder, oder. Oh, ich schoss noch nicht. Was war der Originalsatz? Ich ziehe dir jetzt die Ohren lang, ich bringe die Ohren natürlich, klar. Als nächstes fliegt die Kugel hin. Aber die waren auch sehr kreativ, muss man dazu sagen, weil das allergeilste, was ich jemals gehört habe, war, die rennen quasi von der Insel mit dem Wort eigentlich, weil wir müssen weg, sonst gehen wir mit denen allen hier drauf. Und die sagen, ähm, Leute schnell, sonst stinken unsere Klamotten gleich noch nach Rauch, von der Explosion quasi. Und ich weiß es was. Echt? Ich habe gedacht, ich hätte mir eine Parodie angemacht. Ich dachte, ich habe das nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das so gerade zwar. Achtung, sonst kriegen wir gleich einen Klaps auf dem Po. Ja genau, wirklich. Das ist wirklich teilweise, also das erklärt jetzt, diese Info ist super wichtig für mich, weil das erklärt für mich auch so ein bisschen zum Beispiel auch andere, Dubs in anderen Sprachen, auf die ich manchmal reagiere, wo ich mich wundere, wie krass, ähm, nicht gut das einfach ist, da fehlt Energy oder sowas. Vielleicht ist es eine wichtige Info zu wissen, dass damals Anime in der westlichen Welt stark zensiert wurde. Ja. Dass die einfach gedeckelt wurden. Das ist einfach nicht über... Also es ist grundsätzlich an den Sprechern oder an den Studios und an deren Eigenheiten oder Vorlieben festzumachen, glaube ich, da sollte man vermeiden. Weil, wie gesagt, es steht oftmals im Hintergrund mehr, als man ahnt. Und man muss auch immer bedenken, das ist ja nicht ein Jux und Dollerei, was wir machen, das ist ja ein, das ist ja hier auch irgendwo Geschäftswesen. Also viele Leute verdienen viel Geld an diesen Produkten. Und deswegen gibt es natürlich auch Vorgesetzte und es gibt Leute, die das in Auftrag geben und die machen Vorgaben. Und an die musst du dich natürlich irgendwo auch halten. Und wenn da natürlich falsche Ansichten existieren und die halt angesagt werden, dann bleibt uns natürlich im schlimmsten Fall nichts anderes übrig. Und damals war vielleicht auch einfach die Gegenwehr nicht sonderlich groß, weil halt eben auch damals noch nicht ganz klar war, was das eigentlich bedeutet. Aber es ist schade. Im Nachhinein habe ich auch schon überlegt, müsste man fast manche Sachen eigentlich nachsynchronisieren, um halt einen einheitlichen Standard zu schaffen. Aber wer hat das Geld, wer hat die Zeit, wer macht das? Das ist natürlich eine wirtschaftliche Frage, ne? Klar. Ich habe eine Frage an Julian von Simon the Dude, die fragt, was ist One Piece für dich? Und wieso magst du One Piece und Favorite Arc und warum? Boah, das sind voll viele Fragen auf einmal. Fangen wir an. Also, was ist One Piece für dich? Kindheit wahrscheinlich. Ja, es ist wirklich Kindheit und ich bin ein Fan davon, viel aus meiner Kindheit einfach mitzunehmen ins Erwachsenenalter sozusagen. Weil es einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein, ich kann das von mir behaupten oder Janis kann mich da glaube ich bestätigen, wir sind oder wir hatten eine Kindheit, die nicht wohlhabend waren, ganz im Gegenteil. Aber sie war total einfach und sie war total geil. Wir hatten eine echt geile Kindheit. Wir haben andere Sachen miterlebt, als es vielleicht heutzutage die Norm ist. Uns konnte man einen Ball geben, wir haben auf Garagenhofen gezockt, wir haben die Festnetznummern unserer ganzen Gegend auswendig gekannt, wir haben drangekloppt. Und es war nochmal anders, es war nicht digital, es war wirklich nochmal, wir sind mit dreckigen Händen, Beinen, aufgeschöpften Knien nach Hause gekommen. Und noch One Piece oder Pukito TV, die ganzen Serien, die halt liefen von, das war glaube ich 12.30 Uhr, 1 Uhr bis 4 Uhr war das glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, war auch ein Teil davon. Und es gibt gewisse Sachen, die hast du in der Vergangenheit gelassen, definitiv. Aber es gibt Sachen, die hast du mitgenommen und das war eine Sache davon. Das glaube ich. Ja, das ist, für mich ist das total cool. Ich bin jetzt letztens durch die Straße gefahren, wo wir unsere Kindheit hatten, da kriegst du totale Gefühle. Aus Bremen, ne? Ja genau, das ist total crazy. Und ja, da haben wir die meiste Zeit eigentlich in unserer Kindheit verbracht, wo wir gemeinsam waren. Ich bin 15 weggezogen von zu Hause, dementsprechend war meine Kindheit nicht so lange. Naja, trotzdem haben wir ja wichtige Jahre. So, und die haben einen extrem geprägt und für mich ist One Piece halt dadurch auch, ich bin dadurch halt mitgewachsen. Ich habe mir viele Werte, die finde ich schon in der Serie einfach verkörpert werden. Wie Loyalität, Ehrlichkeit, füreinander da zu sein, trotzdem sich durchzubeißen, nicht aufzustecken. All so ein Kram, das sind ja Sachen, die man alltäglich auch im echten Leben hat. Ja, die eignet man sich so mit der Zeit einfach an, wenn man damit wächst. One Piece, dein Lieblingsanime? Ja, würde ich schon sagen. Demon Slayer guckst du aber auch, hast du gesagt. Demon Slayer finde ich total cool. Ich habe Naruto komplett durchgeguckt. Dann früher hat man ein bisschen Dragon Ball gesehen und das war es dann für mich auch so ein bisschen. Ich finde auch, dass die Anime immer anspruchsvoller werden. Also gerade, wenn du so Attack on Titan siehst, sowas wirklich ein Meisterwerk ist. Ein politisches, soziales, sozial-kritisches Meisterwerk. Ja, aber das finde ich das krasse, was Daniel auch gerade sagt. Weißt du, du hast jetzt mal angenommen, jemand guckt Demon Slayer als erstes und sagt, ich finde One Piece Hype, ich habe jetzt Bock das zu gucken. Und da kommst du von Demon Slayer auf einer total radikalen Art und Weise, wie es einfach animiert ist, zu den ersten Folgen One Piece, wo du denkst, krass, warum sind die so harmlos? Aber jetzt weiß man den Grund sozusagen. Zum Ende hin steigert sich das ja, aber das war auch das Geil. Jeder guckt uns ja an, oder mich jetzt an und sagt, warum guckst du denn eine Kinderserie? Ja, warte, stopp. Sekunde mal. Nur weil es animiert ist. Die meisten Leute, die mich auf One Piece ansprechen, sind teilweise 30 bis 35. Oder in den 20er Jahren und nicht 15 oder 12. Und das ist halt, also die Erwachsenen sind nach wie vor Hardcore-Fans und das ist halt cool. Ich finde das total geil. Das ist crazy, man. Favourite Arc und warum? Ich würde fast schon sagen, Marienforts finde ich sehr, sehr geil. Nicht Whole Cake Island? Na gut. Whole Cake Island? Das ist aber schön. Persönliche Angriff. Das ist aber schön. Persönliche Angriff. Whole Cake Island. Auf jeden Fall mit die beste Synchronisation. Ja. Wird die beste Synchronisation sagen? Ich meine, der das irgendwie auf Japanisch eigentlich gehört hat. Ne, ne, ist total, ähm, Marienfort fand ich total cool, weil du einfach sehr, sehr viel einfach mitbekommen hast. Du hast ja eigentlich alle, die auf diesem Platz waren, viele verschiedene Charaktere, ähm, aber ab da eigentlich alles, was kommt, ist brutal. Also das meine ich ja mittlerweile. Du hast keine, du hast nicht mehr diese Wellensituation, wo es wird spannend, dann geht's wieder ein bisschen runter, sondern es ist mittlerweile, bleibt's auf einem Level und das ist verrückt. Du bist komplett eigentlich überfüllt mit Informationen mittlerweile. Das ist echt krass. Lieblingscharakter? Ja, für mich wäre es jetzt natürlich mit der Geschichte ein bisschen lau, ja. Eigentlich schon, ne? Ja. Ob du willst oder nicht? Ja, das ist jetzt deine Antwort ab jetzt. Sorry, kann ich nicht mehr erinnern. Ansonsten natürlich, äh, Ruffy und Katakuri. Ja, Stichwort Ruffy und Katakuri, ähm, wie ist es mit den Besetzungen eigentlich? Bei größeren Rollen ist auch eine Frage gewesen, habt ihr schon jemanden im Kopf oder gibt's Castings zu den größeren Rollen oder zu den mittleren Rollen? Wie ist so der Ablauf? Ja, sicherlich wird es intern besprochen, also Castings in dem Sinn haben wir jetzt eigentlich, berichtige mich, nicht mehr. Ne. Aber... Gab's von mir damals auch nicht? Du warst eine Notlösung. Ne, wir stellen tatsächlich... Du warst eine Notlösung, genau. Dritte Lösung. Wir stellen Vorschläge in den Raum, weil die Leute, die Autoren, die sehen ja immer schon ein Bild und schreiben die Texte und die haben natürlich Vorschläge. Und in dem Moment, in dem wir erfahren, dass da ein sehr wichtiger Charakter auftaucht, dann wird es so ein bisschen... Wir haben natürlich WhatsApp-Gruppen, dann besprechen wir das eigentlich gemeinsam und dann schicken die Leute mir teilweise schon Hörproben rein. was stellen... Wir haben natürlich dann immer eine Idee. Zum Beispiel bei Marius war es tatsächlich so, dass Anja gesagt hat, bloß nicht den, der ist nie da, den kriegen wir nicht da. Und dann haben wir gesagt, wir probieren's aber... Ihr könnt's jetzt leider nicht sehen, das ist Anja. Anja, komm mal bitte ganz kurz vor die Kamera. Er filmt das damit. Doch, jetzt könnt ihr sie sehen, Anja. Anja ist quasi die Chef in the Rescue Film und Anja fährt den Laden hier, kann man sagen. Aber wir machen gleich mit dir nochmal ein gesundes Tune. Aber wir arbeiten prinzipiell eben alle zusammen, das finde ich eine ganz tolle Idee. Wir haben eben für unsere verschiedenen Projekte WhatsApp-Gruppen gegründet, da kann dann jeder mitreden und da kommen natürlich auch sehr interessante Geschichten zusammen. Gerade eben bei Besetzungen, genau zum Beispiel, als wir dann Marius eben doch bekommen haben. Gott sei Dank. Auf Kreta war ich im Urlaub, da wurde ich angerufen von Elke, die mich ein paar Mal angerufen hat. Unsere Aufnahmeleitung kommt auch aus Braunschweig und somit hat sich ihn dann geködert. Kommen doch beide aus Braunschweig. Das stimmt, das war der einzige Grund. Wäre es aus Hannover gekommen, hätte ich nie mitgesprochen. Marius war natürlich auch dann der Aufhänger für Folgespräche, die gesagt hat, was, wenn der da spricht, dann wollen wir auch. Ja, wirklich? Wirklich? Also auch für Tommy Morgenstern, dann war es sich doch bei One Piece und… Das war dann mit Tommy war auch noch so eine geile Story, weil ich sag mal so, wir gucken ja auch tatsächlich, also ich zumindest, ich bin sehr viel bei Social Media auch aktiv, auch bei Instagram etc. Und mir hat dann irgendwann mal jemand geschrieben so, da kommt doch jetzt dieser Oden, wie wäre es denn mit Tommy Morgenstern? So, da habe ich damals so in die Gruppe geschrieben, so, sag mal Leute, mir hat hier gerade den Tommy Morgenstern vorgeschlagen, das ist doch eine geile Idee, was sagt ihr denn dazu? So, das habe ich glaube ich dann so reingeschrieben und dann so, ja, und dann kriegen wir bestimmt nicht. Und dann kam der halt und deswegen, und ich glaube, ich habe demjenigen sogar auch dann geschrieben, so, danke für den Tipp oder irgendwie sowas und so, also wir gucken schon, also wenn da so, manchmal schreiben die Leute echt, ach guck mal, der Charakter, die haben auch manchmal Ideen, wo du denkst so, das ist gar nicht so schlecht, dann frage ich Anja, sag mal Anja, mir wurde gerade von einem Fan hier vorgeschlagen, wie wäre es denn mit dem und dem, ne? Und dann wird das halt besprochen, also, wir sind da auch offen. Wir haben auch Santiago bekommen. Santiago, genau, richtig. Der war dann auch und ganz toll ist ja geworden auch der, wie heißt er nochmal, der den Orochi spricht? Daniel Zillmann. Daniel Zillmann. Das hat er oben vorgeschlagen. Unser Zorro. Und das besprechen wir alles in unseren WhatsApp-Gruppen und dann die Aufnahmeleitung, wenn es dann stimmlich passt, wird die Aufnahmeleiterin aktiv, ruft die an und fragt, ob es überhaupt möglich ist. Wir haben natürlich auch ein Partnerstudio in Berlin, damit nicht alle immer nach München kommen müssen. Wen, wen denn? Mixwerk. Ach, bei Mixwerk. Mich hab da, ich bin aber natürlich extra hier eingeflogen, ich bin eingefahren worden quasi. Du hast es viele Takes. Ja, ja. Es hat sich aber auch gelohnt. Ja, zum Beispiel Torsten Müncho, den kriegen wir nicht nach München, da sind wir immer froh, dass wir ihn überhaupt ins Studio kriegen und genauso mit Tommi. Tommi kann man vor elf nicht buchen, aber wenn man nach elf bucht, dann kommt er auch. Ich bin everybody's bitch, mir ist egal, komm noch um 8 und 8. Das ist egal, Digga, gib mir Katakuri, ey. Ich bin leichte Beute. Mit anderen Worten. Geil. Das Witzige ist, ich wusste ja wirklich nicht, ich kannte ja weder One Piece, muss ich gestehen, obwohl ich dann schon Jahre vorher auch schon im Anime gearbeitet habe. One Piece nicht und auch Katakuri nicht. Aber hier gebrieft worden, direkt von Marie und Daniel. Ja, das hat sich gelohnt. Jetzt ist quasi Katakuri in meiner Vita, auch in meiner Arbeit irgendwie nicht wegzudenken. Ja, das war auch für die Fans, das war mir auch nicht klar. Aber ich habe ja immer eben meine Leute, die das alle wissen. Katakuri ist die Rolle. Ihren Mann. Da muss jetzt was drauf und so kamen wir dann auf dich. Und du warst da gerade eben so ein Shootingstar, der sehr viel in L.A. war und da hatten wir ein bisschen Sorge. Aber da war ich jetzt schon wieder zurück, das wusste ich aber noch nicht. Ja und ich habe auch ein Studio in L.A., so ist das nicht. Also weil wir malen mit einer anderen Produktion. Ich fliege auch gerne nach L.A. neben Dort, obwohl ich hier bin. Da habe ich auch kein Problem mit. In Badehose. Heute kann man von überall, wenn man will, natürlich dann auch Studios finden. Das ist ja das Tolle. Das ist wirklich das Geile. Gibt es da irgendeine wichtige Frage? Ich hätte vielleicht noch so drüber gesprochen, wie das hier zustande gekommen ist. Also ich habe mit Anja telefoniert und Jürgen hatte mir das rüber geflaggt. Dann hat Daniel mir gesagt, ich habe rausgesucht, das Sonntag das Spielformat. Ich meine, der Grund, weswegen wir hier sitzen, ist mehr oder weniger Daniel, Jannes, wie ist es zu Stande gekommen? Julian. Julian. Es wurde mir erzählt, dass die Kommunikation zwischen euch irgendwie stattgefunden hat, oder? Ja, im Grunde genommen hattest du mir ja sozusagen geschrieben. Richtig. Julian hat ja den mittlerweile, wie gesagt, allseits bekannten und legendären Law-Jubel gemacht. Und ich habe das, und ich weiß gar nicht, ich habe, wo habe ich das? Ach ja, richtig. Ich habe das, ich habe, gut, ich bin ja auch Fußball interessiert natürlich, und ich habe klar Apps und was weiß ich, und habe das halt da gesehen, da wurde es halt angefühlt. Und habe mir gedacht, ach komm, das ist ja witzig, lustig. Und habe mir dann gedacht. Haben wir uns gegenseitig auch geschickt, ne? Ja, genau. Und dann, ich als jetzt nicht so Social-Media-Aktiver, habe mir dann gedacht, klug, ja, jetzt schaust du mal auf Instagram, vielleicht wird dir ja jemand was dazu sagen. Und dann habe ich da eben geschaut und dann habe ich prompt halt irgendwie auch so Beiträge dazu gefunden und dann habe ich mir gedacht, habe ich vorher noch nie gemacht, weil wie gesagt, nicht so ganz versiert auf dem Medium. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt probierst du mal aus und machst mal dieses Bild da rein, von Sport1, Entschuldigung, keine Werbung, aber egal, war halt auf der Seite. Habe das reingenommen und habe dann mir gedacht, jetzt machst du mal so eine Umfrage. Machen ja ganz viele Leute immer Umfragen und sowas und du hast noch nie eine Umfrage gemacht, wäre doch mal eine lustige Idee, eine Umfrage zu starten. Und habe mir dann gedacht, jetzt fragst du mal so einen Raum rein, wie das wäre, wenn Julian Brandt eine Rolle bei One Piece hätte. Und die Leute haben das ziemlich gut angenommen und haben da fleißig, ja nein, ja und hier und bitte und was weiß ich. Hast du es mitbekommen? Die Umfrage? Genau. Und war ganz witzig. Jeden Tag er guckt, wie die Umfrage wird. Auf Yeah! Ja! Sein ganzen Accounts hat er auf Yes gedrückt. Yes! Er hat Fake Accounts gemacht, um neu auf Yes zu können. Genau, Fake Accounts, ja, ja. Genau. Und ich gebe zu, ich habe natürlich so ein bisschen gehofft, dass sich Julian vielleicht daraufhin auch melden würde, weil er das sieht, aber habe mir gedacht, okay, wir waren sich viel beschäftigt, total populär, ich meine ein Superstar und was weiß ich, der wird jetzt wahrscheinlich nicht erkennen, wenn ich da so eine Umfrage mache. Dann hat aber Marie, soviel ich weiß, auch noch einen kleinen Post abgesetzt und hat, ich glaube, dich verlinkt und hat auch noch geschrieben, boah und Daniel hat da eine Umfrage und so. Wie auch immer es kam, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ploppte irgendwann in meinen Nachrichten Julian auf und hat irgendwie geschrieben, ha, coole Umfrage oder sowas. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt es ja nicht. Jetzt hat der wirklich geschrieben. Unfassbar. Unfassbar. Ja, ich weiß auch, ich habe das auch zu Hause gezeigt, habe ich zu meiner Frau gesagt, schau mal, Julian Brandt. Und dann hat sie so, ach ja, krass und sowas. Okay. Das Geilste war, bei mir war genauso. Ey, guck mal. Daniel hat noch... Aber du willst... Nein. Eine Hand wäscht die andere. Genau. Das ist Ruffy, das ist Ruffy. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, also ich meine, wenn er mich jetzt anschreibt, dann warum schreibst du nicht zurück? Und dann habe ich mir... Dann habe ich natürlich hier erst mal Rücksprache gehalten und habe... Ich meine, ich kann jetzt nicht über den Kopf von anderen Leuten hinweg entscheiden. Leute, pass mal auf, Situation ist folgende. Wäre das denn nicht eine Idee? Könnte doch witzig sein und lustig und irgendwie... Warum denn nicht? Und dann war hier natürlich großes Interesse und ja, toll und super und probiere das aus. Dann habe ich gesagt, ich weiß natürlich überhaupt nicht. Null gefragt ist jetzt. Keine Ahnung, wohin das Ganze führt. Aber ich kann ja mal fragen. Und dann habe ich gefragt und dann kam tatsächlich unser Kontakt zustande. Und dann haben wir ein paar Mal hin und her geschrieben. Leider auch mit sehr zeitlichem Abstand. Ich kann mich nur wieder entschuldigen, weil ich, wie gesagt, meine Nachrichten da immer so schlecht im Überblick habe. Aber wir haben es dann hingekriegt und letzten Endes ging ja der Kontakt dann an dich. Genau. Und mein Kontakt ging an dich. Und dann haben natürlich das Studio und du, ihr habt dann kommuniziert. Und dann wurde hier eben ein Termin ausgemacht und dann habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil das tatsächlich funktioniert hat und aus so einer Geschichte heraus dann zu so einem Ergebnis geführt hat. Genau. Und jetzt kam es natürlich zu dem Wochenende heute, weil sich das zeitlich für alle ganz gut anbietet, glaube ich. Zorro! Zorro! Komm rein! Fugel ist im Start. Hast dich verlaufen, oder? Erstmal. Ja, er hat dich verlaufen, der kommt jetzt erst. Neh mal den Schuh da hinten, setz dich irgendwie hin und guck, dass irgendwie ein Bild ist. Ja, aber das war total geil, weil jetzt ich dann die Sprachnotiz bekommen habe, bin ich dann natürlich irgendwie durch die Trainingskatakomben gelaufen und habe mir natürlich meine One Piece Jungs geholt, so ein bisschen und sagte dann so, ey Leute, der Daniel hat mir geschrieben, dass die Stimme von Ruffy, die haben gefragt, ob ich da Bock drauf hätte und die gucken mich an und sagen nur, ab jetzt mache ich auch den Jubel. Bist du behindert? Natürlich gehst du da hin. Und dann denke ich mir nur so, ja okay, sorry, dass du gefragt hast. Und dann war es natürlich nur noch eine Sache von der Zeit einfach. Schon sehr geil, irgendwie jetzt beide Seiten sozusagen. Ich kenne das halt nur von mir zu Hause. Ich habe das dann, wie gesagt, halt in der Küche da so vor. Vor allem stell dir vor, dass tritt jetzt so eine Welle los und Fußballspieler irgendwie fangen an an, einen Jubel, irgendeinen Jubel zu machen, One Piece, weil sie alle eine Rolle abbekommen wollen. Ja, einfach nur anfragen. Dann müssen wir irgendwann das Fenster schließen, aber es gab auch viele, die gesagt haben, Ah, One Piece kenne ich nicht, aber Synchronspring ist doch voll geil. Ja, das sind einfach nochmal andere Welten, die man untertaucht so ein bisschen. Ja, es ist echt cool, dass das dann auch geklappt hat und dass das Interesse dabei hat, also hat mich echt gefreut. Also wie gesagt, im Vorfeld habe ich mir da jetzt nicht viel Hoffnung ausgerechnet und dachte, ich mache da mal eine lustige Aktion, aber dass das in dieser Runde hier heute mündet. Ja, weil der Mann spielt halt für den richtigen Verein. Ja, die Bayern-Fans sind jetzt weg, jetzt kommen die Dortmunder her. Ja, ich war immer Dortmunder-Fan. Gut, sind wir gerade einen großen Teil meiner Community? Uwe Thomsen, Stimme von Zorro, by the way. Uwe, wie lange spielst du Zorro schon? Boah, jetzt fast zehn Jahre. Auch zehn Jahre, ne? Krass. Ist fast wie so eine eingeschworene Truppe, zumindest irgendwie so der Maincast, dass man immer wieder zusammenkommt. Ja, man sieht sich nicht so häufig, aber irgendwie schon, ja. Aber dadurch, dass die Zorro-Figur ja nochmal so krass arg zugenommen hat, auch in seinem ganzen epischen Dasein und so, müssen die Leute dir ja mittlerweile auch ein bisschen so dich einrennen, weil du bist ja dann noch sinnbildlich die Stimme dafür und so. Wenn ich manchmal so gucke, wer sind eure Lieblingscharaktere, dann geht es auch teilweise schon, dann siehst du Zorro eigentlich mit ganz, ganz oben. Ziemlich weit oben. Der ist schon crazy. In meinem persönlichen Empfinden schon auch, aber das ist ja auch einfach eine coole Sau. Ist schon der Geilste, ne? Naja, was heißt der Geilste? Ich mag doch auch enorm gerne und so, aber... Die Art ist schon geil von Zorro. Ja, der ist ein cooler Charakter. War früher wirklich mein absoluter Favorite, muss ich echt sagen. Dieses Hingerotzte, genervte. Das ist so geil. Ja, also anstrengend ist er selten. Es macht mehr Spaß die ganze Zeit eigentlich. Crazy, ey. Naja, Stichwort Ehrenmann und Ehrenfrauen, das Wort ist irgendwie öfter gefallen. Ich finde es eine Ehre von dir, von euch. Schön, dass ihr hier seid. Ja, danke für die Einladung erstmal. Es ist mir eine Ehre, don't leave me hanging, bro. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist drastisch! Da kommt der aber so von der Ecke. Ich dachte, das ist ein bisschen cringe und ein bisschen awkwarde Handhaltung. Ich sitz... Ja, vielleicht kratze ich mich einfach kurz. Ich sitz so tief, du musst ein bisschen niedriger kommen. Genau. Schön, dass ihr alle da wart. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Cool, dass du am Ende nochmal dabei warst. Vielen Dank an Anja. Danke, dass ihr das hier alles so möglich gemacht habt. Danke an meine Jungs. Das ist Nick, das ist Sebastian. Ich weiß nicht, wie viel wir von den Szenen zeigen können. Ich glaube, nicht so viel, erst wenn es draußen ist. Aber das hier kann auf jeden Fall schon mal irgendwie ein R gehen. Und ihr könnt gespannt sein, wie das Resultat ist. Ich glaube, Daniel und ich können versprechen, wir alle. Die Jungs haben ihren Job richtig, richtig geil gemacht. Absolut. Und mal gucken, vielleicht geht die Rolle ja weiter und dann... Ja, da muss man auch wieder kommen. Ich hab schon gesagt, Spin-Off. Spin-Off, weil da wurde witz. Alright, viel Spaß. Ciao. Das ist, wie wir es machen, in der Synchronstudio im Dubbing-Studio. Also ihr seht, das ist ein Team von mehreren Leuten. Wir haben natürlich einen Sprecher. Das Allerwichtigste, wir haben das Mikro. Aber genauso wichtig sind eben auch draußen die Regie. Unser Tonmeister und unser Cutter oder unsere Cutterin. Es ist Teamwork. Ja, weil viele Leute sind natürlich irgendwie nur die Stimme im Endeffekt. Aber es ist Teamwork und wir müssen wie so ein Zahnrad ineinander übergehen und funktionieren. Und das muss halt zahnen. Das ist Teamwork und im Endeffekt, das ist ein gutes Produkt. Hängt an einem guten Team. That's it. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ey, vielen Dank fürs Zugucken. Mega, mega spannend. Auch für mich ganz viele Einblicke heute. Vielen Dank an Julian Brandt, an Janis Brandt, vielen Dank an Uwe, vielen Dank an Daniel Schlauch, an Marie, an Anja, an alle die da waren, an Sebastian, an Nick, mein Videographer. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Es hat mir eine mega Freude gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Bam. Bam.